Möchtest du auch ein? Nein, nein, ich rauche nicht. Ja, das ist gut, dass du nicht rauchst, das ist gut. Ich selbst würde eigentlich auch nicht rauchen, aber meine Eltern haben geraucht. Die sind mittlerweile tot, die sind auch an Lungenkrebs gestorben. Mögen deren Seele in Frieden ruhen. Aber dann hat auch noch mein Ex-Freund geraucht und dann bin ich da irgendwie reingestiegen. Jetzt rauche ich schon seit 40 Jahren. Aber gut, dass du nicht anwängst mit dem Rauchen. Ich rauche nicht, aber ich vape. Mein Schatz, Süße, lass bitte die Finger von Drogen. Drogen sind nicht gut, ich habe... Das sind keine Drogen, das ist eine E-Zigarette mit Geschmack. Zigaretten mit Geschmack. Genau. Elektrische auch noch. Ja. Dann rauche ich hier ja manuell. Wollen Sie mal probieren? Natürlich, wenn du es mir erlaubst. Das schmeckt ja nach... Nur nach Zucker. Nee, mag ich nicht. Tut mir leid, Süße, das mag ich nicht. Aber sehr lieb, dass ich probieren durfte. Sehr, sehr lieb. Da ist sie. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Süße. Du bist wirklich, wirklich eine Hübsche. Ich wünsche...